Kennst du das Schoky-Joghurt? Was, das Schoky? Das Schoky-Joghurt. Ich bin dort unten, weisst du, der Schoky-Satz, die ich leid. Ich schwimme dort unten. Ja, jetzt... Was hast du denn für einen Pizzaschaufle? Hä? Ein Ranking-Pizzaschaufle, gell? Hast du noch eine neue Skate gegeben auf die letzte Saison? Hä? Geht's dir noch? Die, die ich schon schnell knappe, sonst... Ja, schon ein leichter Schma-Anfall. Ich gehe jetzt da rundherum. Und dort rundherum. Jetzt musst du aber so rundherum. So rundherum. So rundherum. So rundherum. Wieso geht der nicht rauf? Nein. Muss ich rauf? Nein. Er hat mich rauf, gell? Nein. Hat der Kurschen? Ja. Ein Schuss des Oberkrauens von mir. Ja. Geil. Hast du es gut gemacht? Ja. Ja. Wir sind der einzige, der draus kommt. Ja. Ist es etwas zu reichen? Ja. Geil, gell? Ja. Ich finde es geil. Was ist der, der geschossen hat? Nein. Nach dem 10. Rebound ist er fertig, gell? Nach dem 10. Rebound ist er fertig, gell? Nach dem 10. Rebound ist er fertig, gell? Nein, he. Sali! Sein ist echt hoch, he. Ja, ungefähr so... Kein so Crashed Eyes. Du trinkst. Du trinkst. Martin! Ist etwas zu reichen? Bei den Bikes? Da wollen wir eine Verteilung an. Ja. Aber ich habe die Bikes. Ja. Bist du Zentrum? Ja, es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit! Hier! Sauber, Sauber! Ja, hey! Sauber! Tanju, Sauber! 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 Ein bisschen wieder wie mit dem Fliegen, gell? Ich bin schon aus Schweizer, aber nicht so hardcore aus Schweizer. Der zählt nicht, der zählt nicht. Kennst du ein Schoki-Joghurt? Was, ein Schoki? Ein Schoki-Joghurt? Ja. Ich bin dort unten, weisst du, der Schoki-Satz, die Kleider. Ich schwimme dort unten. Ja.